eigentlich bekommt ihr von mir ja immer am nachmittag ein video ein tagesupdate ein nachmittagsupdate für die indizes aber was soll ich euch heute erzählen wir wissen alle dass um 20 uhr wichtige zahlen anstehen gucken wir kurz drauf was steht denn an und dann überlegen wir uns mal was wir damit machen und wie wir damit umgehen ihr seht das heute 20 uhr vorne die uhrzeit da gibt es das fed interest rate decision also die fed interest rate decision die entscheidung wo die zinsen liegen und jetzt vorsichtig hier steht 4,5 ist die erwartung eigentlich ist das völlig falsch denn die fed wird nicht 4,5 schreiben die fed schreibt immer einen bereich der bereich wird wenn hier 4,5 steht theoretisch 4,25 bis 4,5 lauten ich hatte darüber neulich schon erzählt viele von euch wissen das natürlich inzwischen die fed legt den zins ja nicht fest sondern sie legt so eine art zielbereich vor wo der zins zu liegen hat oder wo sie damit rechnen dass der zins liegt in der nächsten zeit und das saugen sie sich nicht aus den fingern das erfinden die auch nicht das legen die auch nicht fest sondern das macht tatsächlich der markt gucken wir uns mal an wo denn diese rate aktuell liegt da orientiert sich der offen marktausschuss an dem drei monats treasury bills was ihr hier seht oder an den 90 tageszinssätzen sozusagen und der liegt aktuell bei 4,36 in diesen minuten und dementsprechend ja ist die orientierung 4,25 bis 5,0 natürlich 4,25 bis 4,50 so muss ich sagen um himmels willen die ist natürlich naheliegend da liegen wir dann also ziemlich da in der mitte drin oder so halbwegs in der mitte dieser range und die fed sagt dann quasi aus dass das unser aktueller zielrahmen ist dafür muss man eigentlich studiert haben das kann man ablesen wenn man den kurs ablesen kann aber es ist natürlich eine aussage viel wichtiger wird eigentlich sein was die fed parallel an informationen veröffentlicht und um 20 uhr gibt es das fed statement also das fomc heißt der federal open market committee also der offen marktausschuss der fed also der us notenbank und die werden dort so in zwei absätzen drei absätze ich weiß gar nicht auswendig wie viel sind zwei oder drei absätze werden sie eine aussage fällen wie ihre einschätzung zur aktuellen inflation ist vielleicht zu globalen geschichten der krieg war dort auch abgebildet vielleicht unsicherheit mit china solche sachen können da rein kommt der arbeitsmarkt natürlich wie sie davon ausgeht was das für eine auswirkung hat und da achten viele marktteilnehmer auf die genaue wortwahl manchmal ist der text mehr oder weniger identisch zum vorherigen plus das einzelne worte mal ausgetauscht wurden oder mal einzelne sachen ausgereiche oder sowas ausgetauscht wurden dann ist die frage ist das vielleicht etwas hawkischer oder etwas dovischer etwas aggressiver oder etwas passiver was wird die fed also in der zukunft wohl machen denn das ist die alles entscheidende frage die heutige zinsentscheidung ja die ist längst eingepreist das sieht man ja wie gesagt in den nummern die ich euch eben gezeigt habe aber die frage ist was wird zukünftig passieren und die fed versucht natürlich den markt mit ihrem statement zu beeinflussen sich in eine bestimmte richtung zu bewegen denn eins kann die fed nicht den zins verändern aber sie hat natürlich die möglichkeit die geldmenge zu verändern und durch herausgabe oder einziehung sozusagen von anleihen also kauf und verkauf von anleihen die geldmenge zu beeinflussen und damit natürlich indirekt auf den zins mit einfluss zu nehmen also insofern das wird spannend sein was sich daraus ergibt 20 uhr also die wichtige uhrzeit dort solltet ihr mit heftigen bewegungen rechnen das muss nicht sein aber es wäre nun mal sehr typisch und wie sowas aussehen kann das sehen wir hier im chart wenn wir ein bisschen zurück gucken das waren die daten zu den verbraucherpreisen und dann seht ihr mal ruckzuck ging der kurs nach oben und das ganze ging wieder runter das hatten wir schon uns ja angeguckt wobei wir hatten glaube ich vorher noch gesprochen nee wir hatten nachher schon gesprochen jetzt ich bin hier völlig neben der kappe ihr seht ihr also das ist die abwärts da hatten wir schon so halbwegs drüber gesprochen das ist immer korrektiv ich mache es mal etwas größer hier korrektiv nach oben auch hier korrektiv nach oben auch bei den anderen indizes gegangen ist was dafür gesprochen hat dass es noch mal nach unten geht und jetzt kommen wir zum entscheidenden punkt ja was soll ich jetzt machen aus meiner sicht holt euch popcorn holt euch irgendein leckeres getränk oder irgendwas vernünftiges und setzt euch hin schaut euch das spektakel an freut euch wenn ihr an der seitenlinie steht und nicht unbedingt darunter leidet was da passiert ihr müsst damit rechnen dass da heftige bewegungen kommen und wer jetzt dann da sitzt und sagt aber um 20 uhr kann ich enorm viel geld verdienen wenn ich da auf der richtigen seite bin nein naja das gelogen also wenn ihr jetzt rein geht also jetzt zum beispiel diese uhrzeit und diese richtung in die ihr euch positioniert beispielsweise nach oben vorsichtig keine empfehlung aber nehmen wir an ihr kauft jetzt und der kurs explodiert nach oben habt ihr natürlich viel gewonnen problem ist wenn der kurs in die falsche richtung geht würde man normalerweise sagen ja dann kann ich doch einen stopp machen und dann bin ich doch wieder safe und das problem ist dass das eben unter umständen sehr teuer ausgeführt wird so dass ihr eben keine so engen stops haben könnt also das risiko um solche termine zu handeln ist verhältnismäßig groß und die chance dort durch aktive dann drücke ich halt selber schnell drauf und mach da mit dabei zu sein ist erstaunlich gering stichwort unter anderem die ganzen hochgeschwindigkeits trading systeme die ultra low latency systeme beispielsweise die direkt an der börse stehen und damit meine ich wirklich meter genau an der börse stehen und sofort darauf reagieren deshalb mein tipp erspart euch das ganze guckt euch das an wie gesagt popcorn in der hand 3d brille auf und dann im zweifelsfall die reaktion danach handeln ich hatte euch das gestern schaut euch das video und ich will es euch nicht noch mal vorkauen gezeigt dass ihr den ersten teil super schwierig aber diese bewegung da gab es mehrere möglichkeiten einzusteigen auf verschiedenen zeitebenen wenn ihr denn kurzzeitig mit dabei sein wollt trotz seitdem machen wir ein bisschen pattern kunde denn die jüngste abwärtsbewegung die gefällt mir sehr gut denn die ist relativ stark eben nach unten ausgeprägt ziemlich deutlich und das ist eine aufwärtsbewegung und wenn ich die beiden vergleiche die abwärtsbewegung von da oben bis da unten und die aufwärtsbewegung dann habe ich den verdacht dass die aufwärtsbewegung schwächer ist und sehe die chance wenn der kurs durch das letzte zwischentief merkt euch immer letzte hoch vorletzte hoch das tief dazwischen wenn er durch dieses zwischentief also 14. dezember mittags irgendwann wenn er da nach unten durchfällt hätten wir eigentlich die klassische situation schub hoch abc ist ja häufig wackelig aber abc in dem fall 3 will ich nach oben dass wir das was wir hier vorne haben noch mal bekommen mit chancen auf vielleicht sogar noch mehr nach unten normalerweise wäre das genau ein trade den ich jetzt vorbereiten würde allerdings auf dieser kurzen zeitebene in der sorge dass ich keine vernünftige ausführung hier bekomme nicht jetzt vor dem ereignis also da bin ich dann doch etwas zurückhaltend ansonsten wäre das genau mein verhaltensmuster was ich gerne handel eben mit bruch dieser marke short mit erwartungshaltung dass wir eben noch hier hingehen ich kann mir das sehr gut vorstellen dass das passiert ihr seht ich gehe jetzt nicht short im sinne von naja aber das sieht doch wackelig aus dann geht das hier stürzt das dramatisch runter ich bin gedanklich auf der überlegung short in der praktischen ausführung an dieser stelle wenn der markt quasi dieses tief ich mache es noch mal ein bisschen professioneller nicht mit so komischen blauen wackellinien wenn der kurs dieses tief hier ist es das tiefste ich glaube da tut sich nicht viel hier also diese tiefen marken hier wenn er die nach unten durchstößt das wäre für mich der typische short trigger wie gesagt im moment ein bisschen bin ich da skeptisch im umfeld solcher termine muss man da ein bisschen vorsichtiger sein da ist die gefahr dort falsch aus oder nicht so ausgeführt zu werden wie man das gerne möchte relativ groß deshalb bin ich da etwas zurückhaltend aber ihr seht schon das ist relativ schwach gibt es denn überhaupt gar keine chancen führen nach oben naja theoretisch ich hatte euch das schon mal erzählt wir sind hier ja erst mal hoch hier ist inklusive nachthandel eine lange pause gewesen wenn der kurs jetzt so was macht hey gefällt mir auch dann haben wir die nächste korrektur dann hätten wir doch jetzt dieses verhaltensmuster 1 2 3 4 die 4 kann auch länger sein je nachdem ob mit nacht oder ohne nacht und dann 5 und das ist wiederum ein ganz klar bullisches bild denn wir sind dann in den beiden korrekturen hier war eine korrektur da ist also dass jetzt fantasie wo die genau liegt weiß ich ja jetzt noch nicht aber wenn ich diese korrektur sehe ist überschneidungsfrei das heißt dann wäre die nächstbeste korrektur hier die möglichkeit eben auf der long seite noch mal dabei zu sein und da seht ihr etwas was viele missinterpretieren ja bist du jetzt long oder short ich bin gar nichts ich bin immer nur dann etwas wenn ich getriggert werde und im moment gibt es hier quasi kein trigger wie gesagt hier hätte man vielleicht auf kleiner ebene aber nicht vor den daten aber ihr seht ich halte mich da offen wieso soll ich mich denn entscheiden der markt soll entscheiden ob er hier durch geht oder ob er später hier durch geht oder durch irgendetwas ähnliches muss jetzt nicht genauso aussehen wie ich das hier gezeichnet habe aber was in der art etwa ist wo ich sagen kann das passiert das ist ganz wichtig das glaube ich eine der wichtigsten eigenschaften die man als händler haben sollte nicht irgendwie ja ich bin der meinung ich sag mal frech deine meinung zählt am markt nicht ich kann euch beruhigen meine meinung zählt am markt auch nicht deshalb habe ich auch keine meinung am markt sondern ich habe immer nur wenn das passiert ja dann mache ich da bei euch mit die anderen müssen das aber entscheiden also ich weiß nicht ob jemals dieser bruch hier kommt oder ob irgendwann dieser bruch kommt aber wenn diese brüche kommen oder im kleinen von mir aus dieser bruch kommt wenn diese brüche kommen dann ist typischerweise noch mal mit einer fortsetzung da wir haben immer wieder so ereignisse eine starke richtung eine ganz klar nicht starke richtung und wenn dann die brüche kommen dann noch mal in die starke richtung das ist manchmal nicht gut erkennbar wenn ihr es gut erkennt ist super wenn ihr es nicht gut erkennt wir machen das dann dass wir an der stelle sagen wir erkennen es nicht dann machen wir halt auch nichts so also warenhinweis die idee finde ich super den bruch hier für die short seite von der praktischen ausführung heute großes fragezeichen wir sind da zurückhaltend ich weiß nicht ob ich euch das empfehlen soll es zu tun denn ihr müsst damit rechnen dass ihr zwar hier rein wollt und hier vielleicht auch irgendwo dann stoppt also nehmen wir mal an der kurs dreht dann doch dass ihr dann stoppt oder ihr versucht nachzuziehen irgendwann denn wenn er hier weiter fällt aber dass ihr das schlechte ausführung habt wenn der kurs dann nochmal irgendwie sowas macht und das kann passieren das kann auch insofern passieren weil heute um 20 uhr 30 dann die pressekonferenz ist also um 20 uhr ist das erste das primär ereignis und um 20 uhr 30 dann gibt es dann die pressekonferenz und da werden dann noch mal journalistische nachfragen sein dann wird es heißen ja wir haben das so gemeint und wie das ist das jetzt vielleicht eine andere aussage als eben zu lesen also rechnet damit dass um 20 uhr 30 je nachdem was für ein thema da auf den tisch kommt ist dann ebenfalls noch mal für heftige bewege zu heftigen bewegungen kommt und deshalb zu mehr oder weniger erratischen bewegungen es ist ein bisschen unzufriedenstellen weil man sagt ich würde so gerne gewinnen dabei jetzt hier wenn das so schnelle bewegungen gibt es ist aber auch das was am wenigsten deutlich handelbar ist weil man typischerweise damit rechnen muss teure also sprich schlechte nicht so genaue ausführungen zu bekommen weil der markt innerhalb von sehr kurzer zeit große abstände oder große bewegungen eben macht und man vielleicht hier irgendwo dann seinen stopp setzt allerdings nehmen wir mal hier ein stopp gesetzt vielleicht hier ausgeführt wird also durchaus deutlich abweichen weil so viele andere stops vorher hier noch ausgeführt werden bis man dann selber rankommt also das ist jetzt nur so ein beispiel aber das vielleicht für all diejenigen die vielleicht noch nicht so lange mit dabei sind und ich kann sagen ich weiß wirklich wovon ich rede ich habe das seit drei jahrzehnten jetzt ungefähr dass ich solche ereignisse miterlebt habe die letzten jahre mache ich das natürlich nicht mehr zumindest nicht mehr auf der ausführenden seite händisch so wie man das ja privat normalerweise macht sondern wenn dann höchstens im vollautomatisierten system aber das ist etwas was man eben auch von zu hause aus nicht machen kann sondern das muss direkt an der börse stattfinden ansonsten ist man immer einer der ganz nachrangig da da bedient wird und dementsprechend der schlechte ausführung bekommt das ist auch nicht böser wille oder so was wenn ich weiß dass ich irgendwo in der schlange ganz hinten stehe dann weiß ich dass ich da nicht eine entscheidung herbeiführen sollte die davon abhängt dass ich schnell bedient werde ja das weiß ich im normalen leben auch wenn ich weiß ich habe die technischen voraussetzungen eben nicht hier eine schnelle ausführung zu bekommen und die hat man eben nicht ja dann weiß ich eben dann sollte ich nichts tun was aber zwingend erfordert dass ich eine schnelle ausführung bekomme ja so und für das grobe was wir ja auch häufig immer besprechen hier an der stelle spielt das keine rolle und deshalb ist das gut anwendbar aber heute ein bisschen vorsichtig wenn er diese marke langsamer durchstößt dann könnt ihr das also nicht jetzt durch einen schub so wie wir das hier vorne hatten hier zum beispiel sondern wenn er das gemütlich erreicht dann allerdings finde ich diese idee nach wie vor nicht so schlecht vielleicht ist das ganze auch dann die einleitung dieser bewegung das will ich noch nicht vorhersagen aber fällig wäre sie allemal vielleicht sehen wir die ja jetzt in kürze vielleicht ist das was wir heute kriegen dann die entsprechende hinführung dazu aber denke mal das werden wir uns dann im morgigen video angucken wenn wir das ergebnis von heute bekommen sprich das ergebnis wie die markteilnehmer darauf reagiert haben s&p grundsätzlich das gleiche auch hier diese starke abwärtsbewegung wir haben hier diese relativ wackelige aufwärtsbewegung also diese idee wäre die gleiche erfordert aber auch den trigger die chance besteht allerdings wenn wir das hoch das letzte hoch hier nochmal nach oben durchstoßen dass dann im größeren bild früher oder später die großkopferten wieder eintreten in den markt das werden sie sicherlich heute abend nicht mehr machen also das wird wohl nicht passieren aber je mehr wir uns aus diesem trend bereich hier den verlassen oder vielleicht sogar das august hoch ansteuern und überschreiten desto mehr wird auch das big money die relativ viel skeptisch sind aus meinem umfeld fast alle sind skeptisch ich kann kaum einen aus dem big money aus dem großen geld der jetzt sagt ich bin mir ziemlich sicher dass der markt richtig schön durchstarten wird in der regel sind sie sehr zurückhaltend und sagen gefällt mir nicht so richtig gut aber die werden im zweifelsfall aufspringen müssen wenn der markt das nach oben durchstößt aber das wird eine geschichte sein die wahrscheinlich nicht heute abend dann direkt los geht aber uns vielleicht einen echten bullenmarkt nochmal beschert auch wenn ich mir vorstellen kann dass es vorher auch nochmal die ein oder andere pause gibt na gut aber wie gesagt das ist ja der nachmittags update nicht ganz so relevant nasdaq natürlich genau das gleiche in grün gucken wir nochmal abschließend auf den dax der dax index ebenfalls stark runter gekommen ebenfalls hier wackelig nach oben also auch da würde ich im moment davon ausgehen dass die abwärts seite eigentlich schick wäre würde aber bedingen dass er nach unten triggert und dann hätten wir ähnlich wie beim dao die chance dass vielleicht sogar so etwas hier passiert dass wir dann einen rücksetzer haben und ihr seht schon an meiner folgezeichnung das ist für mich kein bärisches szenario ich bin durchaus bullisch eingestellt was den chart angeht spricht vieles für das bullische bild erfordert allerdings auch dass das hier korrektiv nachher aussieht und das ist sicherlich etwas was wir uns in den nächsten wochen aber nicht heute nachmittag mehr angucken müssen in diesem Sinne heute abend 20 uhr bälle ein bisschen flach halten nur wer auf risiko spielt und sagt ist mir egal der kann da versuchen dabei zu sein alle anderen sollten sich eher bedeckt halten aus meiner sicht und die folge daraus handeln und wie das aussieht das habe ich jetzt ja mehrmals gezeigt ich hoffe damit könnt ihr was anfangen in diesem Sinne euch erstmal alles gute und liebe grüße